hey leute was geht bei euch ich bin wieder da heute bin ich auf dem radensberg gelandet ich fahre heute den trail runter wir hatten meine freunde empfohlen hier läuft sie ab und zu mal ich meinte ihr sollt mal hier her kommen mal runter fahren wird mir bestimmt gefallen ich bin gespannt wo ich da unten ankomme ja na es ist geputzt schönen gruß an thomas und kai und ja ich mache mich jetzt mal runter und ich wünsche euch viel spaß dabei wir sehen uns ansonsten ich denke da ist so cool an hier ich habe ein paar wortchen mal gucken wo es überhaupt lang geht ich habe keine ahnung das ist halt so da geht es unser alles klar und weiter geht die wilde Fahrt und weiter geht So sieht es aus, ich bin nicht falsch gefahren, aber jetzt sollte ich bis nach unten durchgehen, so die Information. Ah, nicht so schlimm, mach ich das nächste Mal komplett runter und dann schauen wir einfach mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.